Musik Grüß euch, ich bin die Ursula Teuretzbacher und ich habe gemeinsam mit Christian Freisleben den Verein Lebensblüten gegründet. Der Verein Lebensblüten produziert Hörblüten. Das sind kleine Audiodateien, Hörbücher, auf denen wir diese Lebensblüten sammeln. Wir bieten Menschen mit einer lebensverkürzenden Diagnose an, Hörbücher mit ihnen zu gestalten und gemeinsam auf ihr Leben zurückzuschauen. Hören ist der erste Sinn, der sich im Mutterleib ausbildet. Und die Stimme, der Klang der Stimme ist das erste, das wir vergessen, wenn ein Mensch stirbt. Es gibt vielleicht viele Fotos, Handy-Videos und verschiedene Erinnerungsstücke, aber die Stimme, die geht verloren. Lebensblüten sind für uns einfach schöne Erinnerungen aus dem eigenen Leben. Dinge, die mich aufblühen lassen, Dinge, die mich berühren, mein Herz berühren, Menschen, die mir wichtig sind, die mein Leben begleitet haben, Orte, wo ich mich wohlfühle, mein Daheim, meine Stärken, das alles verbinden wir mit dem Begriff Lebensblüten. Lebensblüten sind Erinnerungen an wunderbare Momente in unserem Leben, an Menschen, die in unserem Leben wichtig für uns waren, an kleine Augenblicke, wie zum Beispiel, wenn Blätter dem Baum hinunterfallen. Lebensblüten sind gedacht für Menschen, die eine schwerwiegende Diagnose gekriegt haben, die ihr Leben verkürzen wird, aber auch für alle anderen Menschen, die das interessiert, die sagen, ich habe Interesse daran, auf mein Leben zurückzuschauen, positiv auf mein Leben zurückzuschauen. Es entsteht ein wunderbares Geschenk zum Weitergeben an die Familie, an An- und Zugehörige. Wir brauchen eigentlich einen Beitrag ganz dringend, weil uns ganz wichtig ist, dass die Menschen, die eh schon in einer schwierigen Lebensphase sind, den finanziellen Druck zumindest von ihren Schultern haben und einfach ganz frei sich dem widmen können, ihre Lebensgeschichte nur einmal zu reflektieren und für das einfach den Kopf frei haben. Dein Beitrag ist wichtig, damit wir es Menschen in der letzten Lebensphase ermöglichen können, Hörblüten kostenlos zu produzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.